herzlich willkommen beim power adventkalender 2021 von cloudcouchrocks hier sind eure moderatoren stefan und tommy los geht's hallo ihr lieben ein herzliches willkommen zu einem neuen cloudcouchrocks power adventkalender türchen herzlich willkommen herzlich willkommen auch dir stefan grüß dich ja wir haben uns ja gerade schon unterhalten was du uns gleich präsentieren wirst ich bin total gespannt drauf es geht um den power apps v2 träger ich übergebe dir quasi das wort los geht super vielen dank dann nehme ich es mir doch genau einige wissen dass ich dass ich unglaublich gerne auf den power apps träger schimpfe so den fall träger neben dem brauche ich wenn ich also für automate wenn ich ein port mit flow ein cloud flow aus einer power app aufrufen möchte dann habe ich auch mal benutzt das ist so alles so weit aber er hat einen großen nachteil und wer eben öfter benutzt der weiß worauf ich jetzt hinaus will das ist der instant cloud flow ich zeige es noch einmal kurz so das ist dieser power apps träger hier den nehme ich mir zack rein krieger so der flow wird gebaut ich habe oftmals dateien aus der aus einer power app hochzuladen in verschiedene systeme das mal ein sharepoint bei das ist auch mal block deutsch aber jedenfalls muss halt das ganze erst mal um den flow rein so das heißt ich habe eine menge parameter zu übergeben und das möchte ich hier machen kann ich aber nicht was muss ich dafür machen ich muss dafür in der power app nachfragen und damit sagen ich brauche einen parameter und den muss in der power app zur verfügung stellen ich mache das üblicherweise dass hier ein compose objekt habe das haben wir auch in der älteren folge schon gehabt ist noch mal als recap und kann dann hier sagen mensch fragt mal der power app nach hast du power apps zack so dann macht er das und fertig damit habe ich einen parameter definiert in der power app und habe jetzt aber das problem ich kann diesen parameter jetzt hier nicht löschen so das ist so ein bisschen so ein bisschen blöd und das heißt im endeffekt musste ich bisher dann immer die den trigger löschen damit dann auch alle parameter weg sind und das ganze wieder neu aufbauen war ein bisschen blöd und dann habe ich beim tommy in einer demo etwas gesehen wo ich dachte mensch das ist ja auch gar nicht angeguckt wo kommt das ding denn her das war nämlich der power app v2 krieger ich gehe noch einmal zurück die speichern ist egal das haben wir öfter ja mal das neue trigger nachgeschoben werden und die dann so zahlen dran kriegen v2 v3 genau hier dann jetzt mal einen wunsch dass vielleicht die neuere version von triggern oder auch von aktionen eines eines einer aktivität wenn die vielleicht etwas prominenter da werden um die neueste version quasi die v2 eines power apps triggers zu bekommen nämlich erst einmal bis nach unten scrollen und findet da den v2 träger so dieses nach wie vor das funktioniert alles genau gleich sage ich jetzt hier und erzeugt das ding so was geht jetzt hier anders sieht eigentlich genauso genau gleich aus außer dass jetzt hier eine v2 hinter steht läuft er vielleicht schneller oder irgendwie besser er hat was neues und zwar hat den input das heißt ich habe jetzt die möglichkeit direkt an dem trigger eingabe möglichkeiten zu definieren die mir dann halt in der power app zur verfügung gestellt werden ich muss nicht mehr den umweg gehen dass ich erst ein compost machen muss damit ich damit den trigger benenne muss ich nicht weiter auf eingehen hat mal in der alten folge mal gezeigt und dann in power apps nachfragen und dann durcheinander wenn ich dann weitere eingabe möglichkeiten habe ich kann es direkt definieren das ist eine ziemlich coole sache ich gehe nämlich dann einfach hier hin und sagt kommt hier text und kann ich jetzt hier was eintragen kann hans löschen ich kann es optional machen ich kann da multi select und top down boxen von machen ich kann noch weitere sachen hinzufügen guten wert ja nein etc so wie gesagt ich kann die ganzen sachen auch löschen und das ist alles total fein und das ist also das alleine ist schon mal jetzt diese folge wert die diesen trigger nicht kennen die werden damit sehr viel spaß haben aber was ihr vorhin gesehen habt dann habe ich ein kleines beispiel mitgebracht das ist ich sagte es ja am anfang schon ich lade gerne files hoch und es gibt halt auch den file content das eingabe element fels im prinzip genauso in den normal löschen oder halt auch wo kann ich nicht löschen dafür kann ich noch optional machen geht nicht warum geht das nicht ich benutze diesen trigger hier schon das heißt ich habe also diesen diesen dieses eingabe element nutze ich in weiteren aktivitäten das heißt müsste jetzt hier erst mal ich zeige mir mal genau wo hier unten greife ich auf eingabe elemente zu das heißt damit kann ich letzten endes jetzt verhindern dass ich mal aus versehen ein feedback lösche was hier unten weiter auch das heißt ich kann die sachen gar nicht gar nicht löschen und das ist ziemlich fein so so viel zu 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 diesem teil jetzt zeige ich einmal das ist mich auch viel cooler geworden jetzt wie der aufruf ist also erst mal rein von der mechanik her dann ist es so dass letzten endes nehmen wir ein bisschen was weg damit dass damit das bisher eingedampft ist dazu komme ich dann noch mal später sagt das nehme ich auch mal weg das ist das ist quasi ein ganz normaler aufruf so wie man die wie man immer aufruft in einer power app ich bin dir das auch genau so ein über über action for automate und kann dann so dann entsprechend den den entsprechenden flow aus und erheben und bieten wir dann halt entsprechend an hier den floren namen und dann sehen wir oben teil und teil ist halt auch dann der name des eingabeparameters typ pfeil mit dem namen teil content ist der eingabe parametern über eine flow gesehen haben was jetzt ganz cool ist ich musste vorher sehr umständlich erst mal die dateien wenn ich dateien hochladen wollte erst mal transformieren ich musste also da die eingabelemente alles zeichenketten waren musste ich quasi den content erst mal transformieren das heißt in dem moment wenn ich das action kommt das attachment kontrollen in diesem fall von sharepoint benutze musste ich erstmal den umweg gehen dass ich das ausgebildet attachment in einem image control zwischen speichere dann den inhalt des kontrols an den flow übergebe dann habe ich nämlich den den reinen content und der kann dann weiter verarbeitet werden das muss ich hier nicht mehr ihr seht irgendwie ich habe jetzt hier einfach nur file upload da wird der flow aufgerufen ich definiere mir einmal jetzt hier mit geschweiften klammern quasi ein kleines jason objekt wo ich die content bytes übergebe und das ist dann das attachment in dem fall das erste und übergebe den value der value ist tatsächlich der file content und ich übergebe in einem zweiten schritt beim zweiten parameter den namen der datei so und wie das dann aussieht das zeige ich jetzt dass es auch funktioniert ich nehme jetzt aber mal hier touch file zeigt hier irgendwo ein bildraum png zack sage file upload und hoffe dass ich dann gleich eine e mail bekomme 16 28 hier ist es hier seht ihr auch dann das pfeil weltraum pg das ist die datei die ich mir umgeladen habe warum kriege ich die jetzt hier als e mail das wird hier an ihr habt schon gesehen ich habe den fall content oben in der eingabe ich habe den outlook connector hier mit drin und übergebe hier den file name also trigger body file und dann halt in den parameter name und hier unten halt die content bytes was ein bisschen gemein ist wenn ihr das hinzufügt ich zeige es mal hier noch mal ihr kriegt aus dem trigger nur den pfeil content angeboten mal wieder hier rein den pfeil nehmen müsst ihr euch quasi selber selber überlegen dann müsstet ihr dann geht der quasi hier drauf sagt ok expression das wäre dann die so und dann war das irgendwie die file und name so expression hat fehlgeschlagen so trigger body ich glaube im großen b ich habe mir dafür ein screenshot nochmal gesichert würde mal gucken ja das b muss groß ist groß geschrieben werden ok zack ach pfeil und so zack genau auf die art und weise kriegt ihr dann den dateinamen mit rein so dass dann die datei die verschickt wird halt auch den dateinamen bekommt den ihr in der powerapp hochgeladen habt genau soviel zu dem powerapps v2 trigger ich werde ihn in zukunft nur noch benutzen mir gefällt der unglaublich gut weil das 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 management ist also das handling ist sehr gut das fühlt sich ja genauso an als wenn ich einen flow button habe da erinnert ihr euch wenn ihr den benutzt habt auch dran da kann ich halt auch oben die ganzen einzelne parameter typen einsetzen und löschen hin und her und alles ist gut also der macht wirklich spaß bei dir tommy weiß ich du hast ihn auch schon öfter öfter im einsatz gehabt ich weiß es von deinen demos so ich mag das ist gut ich benutze den auch nur noch der ist der ist fantastisch einfach durch die einfachheit der definition der parametern auch wenn man falls über gibt das was du alles gerade gezeigt hast spricht eigentlich nur dafür nur noch den zu verwenden ja der mit dem pfeil konnte also wirklich also upload von dateien in powerapps ist immer immer ein thema gewesen das war immer irgendwie kompliziert das war es fühlte sich immer irgendwie gefrickelt an in der kombination finde ich irgendwie macht das ein gutes gefühl so kann man wirklich sagen gute architektur und mir gefällt es ich hoffe euch auch wenn ihr sagt nee ist nicht dann wird uns interessieren warum das nicht ist dann könnt ihr das da unten reinschreiben wenn ihr sagt hey wir finden auch total großartig wir nutzen den auch nur und ich bin der einzige blödmann der den jetzt erst wirklich für sich entdeckt hat dann könnt ihr das auch gerne da reinschreiben wir würden uns total darüber freuen und ja für die heutige folge vielen dank stefan vielen dank auch an euch dass ihr zugeschaut habt und da bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt auf money auf comfort auf